Durch unterschiedlich große Monitore verursachen viele Software-KVM-Lösungen lästige Sprünge des Mauszeigers beim Wechsel zwischen den Rechnern. Der Grund ist, dass Monitore in den meisten Programmen in ein starres horizontales Raster gezwängt werden. Ein leichter Versatz zwischen den Monitoren lässt sich dort nicht einstellen. Bei ShareMouse können Sie jeden einzelnen Monitor genau so anordnen, wie er auf dem Beschreibtisch steht. Damit gewährleistet ShareMouse einen völlig nahtlosen Übergang zwischen den Rechnern. Die animierten Pfeile zeigen Ihnen zusätzlich die aktuelle Position des Mauszeigers.